Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde AwesomeNords Volle Konzentration ist angesagt, wir sammeln gleich am Anfang Möglich... ach, jetzt habe ich nicht so richtig getroffen Möglichst viel Solar, damit wir auch alles kaufen können Was sind wir so mit? Drei Türme und die Wurmnetzen? Vielleicht, vielleicht gelingt es uns ja... Ah, wir brauchen noch zwei Solar, da warte ich mal ganz kurz So, jetzt geht's weiter Vielleicht gelingt es uns ja, jemand mit... Hilfe des Wurmes zu töten Wir warten kurz Ah, sieht nicht so aus, als ob hier jemand Zeitnahe lang kommt, ah, der wäre Der wäre vermutlich da unten lang gegangen Ah, und diesen Typ mit dem Ah, den Typ mit dem Hut, ey Ich hasse diesen Charakter, der geht mir so auf den Käse Und müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gleich sterben Komm Den auch noch Das brauchen wir nicht Hä? Was ist denn mit den Druinen los? Warum geben die denn unsere weg? Hä? Was war das denn? Kann das denn sein? Kann das denn sein? Hat das gerade noch jemand gesehen? Oder Schiebe ich da jetzt irgendwie? Kann das denn sein, dass deren Druinen unsere weggeschoben haben? Okay, jetzt geht's wieder Vielleicht ein Bug oder so? Keine Ahnung So, wir machen jetzt hier mal direkt Schaden am Turm Ja, aber deren auch Ah, okay, hier haben wir einiges an Schaden gemacht Verkrümeln uns jetzt gleich mal Ich glaube, das können da Sehr ausgeglichene Runde sein Die stellen sich bis jetzt nicht so doof an Oh, ich habe mich direkt in den Turm reingesprungen Bin ich irgendwie doof oder so? Ich habe wahrscheinlich in dem Moment gedacht, dass wir unsicher sind, aber Da war ich wohl fehlend von mir so Die machen wir mal weg, bevor ihr unten mit irgendwelcher Spülk entsteht Komm her Komm her Ach Egal Lass mich mal mit Halt Mensch, wieder da Mit der Zunge habe ich aber auch kein Glück Ja, und weg hier Ja, der mit der Zunge habe ich kein Glück Den kriegen wir den kriegen Ja Das hört man gerne Plus, Blatt Yay Und so Und so Was war das denn? Ich habe gerade auf die Bots geschau- Äh, auf die Ruinen geguckt, weil Die schon wieder weggeschoben werden Hä? Was soll das denn? Oder ist das vielleicht irgendeine Fähigkeit von irgendeinem Charakter? Ah, jetzt habe ich einfach Habe ich einfach ein bisschen zu den Droiden geguckt und habe da gepennt Äh, ärgerlich Ärgerlich, ärgerlich Ich weiß nicht, ob ich es in den letzten Parts mal erklärt hatte Beziehungsweise im ersten Part mal angesprochen habe Ähm, ich habe den Chat übrigens aus Aus Einen bestimmten Grund Und zwar bin ich der Meinung, dass einfach Viel zu viel geflamed wird Hier bei Awesome Notes Wenn mal irgendwer nicht richtig spielt Oder macht noch dies besser oder das besser Hast du ja eigentlich überall in jedem Multiplayer-Game Weg, 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 weg Habe es ja schon mal angesprochen, dass ich der Meinung bin, dass zu viel geflamed wird Ich finde es gut, wenn man sich absprechen kann So, komm mal ja Wer hat link, da war Ach, verdammt, der kann sich auch unsichtbar machen Das ist denn heute gar nichts Besonderes mehr Ich dachte immer, das konnte nur Leon Aber eben der, äh, also nicht eben Aber, also für mich schon eben Weil ich ja mehrere Parts am Stück gerade aufnehme Aber eben in der Runde Beziehungsweise im letzten Part Ja schon Oh, jetzt nicht sterben hier Okay, der Rest müsste eigentlich so laufen Ja, komm, komm Ich trau mich nicht weiter drauf Oh Okay, wir lassen den Dummy gegen die Kämpfen Oh, oh Nein, nein, nein Das gefällt mir gar nicht Okay, wir gucken mal auf Manche wieder Ja, die Druiden kommen uns hier leider in die Quere Sonst hätte ich ja gerne mal ein bisschen Faden am Form gemacht Okay, Moment Wir holen uns die Heilung Wollange wir unsichtbar sind Können wir da auch mal drüber laufen Hier wieder fleißig Druiden töten Ach, die geht mir auch auf den Senkel Ach Wie lange ich zu zweit sind, haben wir auch eigentlich in der Regel keine Chance gegen die Dann müssen wir wirklich zusehen, dass wir einfach nicht sterben Jetzt würde ich gerne Würde ich gerne hier ein bisschen abwehren, aber Oh Gott, oh Gott Ich stand doch hinterm Turm Oh Mann Unsere anderen beiden reißen, aber leider auch gar nicht Weiß, ich mache auch nicht viel mehr, aber ich töte wenigstens noch Töte wenigstens noch die Druiden Das sieht nicht gut aus Am Anfang lief es eigentlich ganz gut Okay, klappt Komm, 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 komm Okay, runter Ach Ach, jetzt sind die wieder zu zweit Naja Ich sehe auch gar nichts Als wenn der komische Typ die Seine Attacke einsetzt Okay, komm Entdeckung Ja, haben wir uns drum gekümmert Hier ist natürlich nichts Oh, Backe, oh Backe Das sieht nach einer Niederlage aus Wenn ich das mal So ein bisschen vorweg nehmen kann Oh nein, nein, nein Jetzt sind wir am Arsch Wir sind am Arsch Okay, wir leben noch Wir leben noch Wir leben noch Und das ist pures Glück gerade Oh, meine Güte Kriegen wir hier noch irgendwo Heilung Oh, ich will nicht wieder zum Base zurück Okay, hier ist alles Ist nicht so gut, wenn wir beide hier an der Base rumstehen Ja, genau deshalb Und runter Wir stürzen uns ins Getümmel Oh, der Tor ist fast down Es sieht nicht gut aus Es sieht überhaupt nicht gut aus Ja, ich weiß Ich habe mich doch schon drum gekümmert Unser geschützt wurde zerführt Oh, weia, oh, weia Leute, komm Konzentration Konzentration Ich hoffe, dass ich Oh, der kommt hier einfach aus dem Nichts Ja, jetzt hat er auch mal kastiert Oh, jetzt kommt ihr Kollege wieder Das ist doch wohl eine Frechheit Oh, der hat verglückt Da können wir uns mal ein bisschen regenerieren Hier ist schon wieder der Shit Ja, das weiß ich Das gefällt mir gar nicht Der Dicke mit der Wumme Kann wir denn da irgendwas machen? Komm Oh, es hat gerade geleckt wie die Hölle Warum das denn? Okay, 50 frames 90 Okay Ah, Mann Nee, das sieht gar nicht gut aus Das sieht gar nicht, gar nicht gut aus Aber auch solche Runden gibt es halt mal Ah, und der erste ist Abka Und das ist doch wohl Das ist doch kacke Und es leckt gerade wie die Hölle Ich weiß nicht, woran es liegt 30 frames Jetzt ist es wieder bei 90 Warum leckt es denn so? Das gefällt mir gar nicht Das gefällt mir überhaupt nicht Was in der Aufnahme davon zu sehen ist Wenn es gänzlich unbrauchbar wird Dann, naja Dann habe ich halt recht gehabt Dann habe ich halt recht gehabt Lange es jetzt bei den 1-2 Mal hier bleibt Werde ich die Aufnahme auch Planen Aber wenn das jetzt so sein deutet Dass das auch ein paar Mal passiert Dann werde ich Oh Gott Mann Dieser Kack Fuchs Okay, wir haben Wie Neues bekommen Ich verzweifle zwar Dass diese Person jetzt Alles rausreißt Aber man weiß ja nie Ja, ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Oh, es lief doch so gut am Anfang So, wir gehen nochmal stoppen Okay, wir haben noch einen Turm Den müssen wir jetzt Bis auf den Tod verteidigen Alles gut im Moment noch Okay Dann hätten wir beinahe gekriegt Aber leider mussten wir uns Mit Flagen geben Komm mal her, komm mal her Oh Gott, weg, 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 weg Ich habe gehofft, dass wir den anderen Mit dem Hammer hier irgendwo mal sehen Denn den hätten wir Halt Können wir die zurückdrängen Ja, okay Das mache ich jetzt mal Was, Cyber Ah, dann können wir die nehmen Oh Ist doch nicht euer Ernst Mann Ich weiß, dass wir eigentlich verteidigen müssen Aber ich habe so wenig Leid Ja, komm Ach, lass mich in Ruhe Oh Mann Die kriegen hier ganz schön auf die Fresse Ach Oh, was für eine Kackrunde Ach, oh Mann Oh Mann Nee, nee Aber solche Runden gibt es halt auch Da läuft gar nichts Da läuft einfach überhaupt nichts Wir gehen auch einfach besser Da kann man jetzt nicht sagen, dass die unverdient oder so Nein, die spielen klar und deutlich besser also Kann das nicht so recht nachvollziehen Jetzt können wir mal kurz Luft holen Aber nichtsdestotrotz Werden die gleich wieder vor unserem Okay, das war Whisky Äh, okay Werden die gleich wieder vor unserem Punkt stehen Und uns auch nicht saures Leben Und weg Weg Okay, wir leben doch Und gut, dass wir uns unsichtbar machen können Vermutlich sterben wir jetzt durch einen dummen Zufall oder so Nee, okay Wir haben es geschafft Ja, okay Ich bin schnell Ach, der ist schon wieder der shit los Den Hund wir uns jetzt Wir kriegen von allen drei aufs Maul Natürlich 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 Ja, Moment nicht Oh, wir hatten ihn noch beinahe. Schade. Ach, Mann, es müsste nicht so stehen. Ah, dieser fucking Fuchs, ey. Mann, geh mir nicht auf die Klöten. Denn, ach, das ist doch nicht wahr, jetzt tötet die mich auch noch. Ne, okay, wir haben es wieder geschafft. Also was das Zurückrennen angeht, haben wir nicht geflackt. Aber vorne läuft gar nichts. Nach vorne läuft einfach überhaupt nichts. Wenn wir gerade nicht mehr so eingekesselt sind, aber es muss nur mal wieder jemand sterben auf unglückliche Art und Weise, beziehungsweise durch ein bisschen Pech. Na komm, jetzt aber mal. Okay, war nicht unser okay, wir haben aber mächtig dazu beigetragen. Okay, einer von uns hat sich auch selber getötet. Das hört man natürlich auch immer wieder gerne. Und das macht Mut, wenn man gerade mal einen Gegner tötet, dass einer von uns selbst kommt begeht. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich schlage einfach nur blind umher. Okay, komm mal her, komm mal her. Oh, dieser fucking Fuchs. Jetzt brauche ich wieder nach hinten. Oh, hier ist wieder Betrieb, lassen wir es mal vorbei. Du laufst doch nicht weg, VDR. Ihr habt volle Gesundheit und läuft vor der Weg. Was soll das denn? Das Einzige, was man uns... Oh, der hätte wir mit der Zunge richtig getroffen, denn hätten wir vielleicht den Fuchs auch mal killen können. Ich glaube immer noch der mit dem Hammer ist der, ja, ist der Schwächste aus dem gegnerischen Team. Beziehungsweise hat, glaube ich, von ihm... Oh, das brauchen wir, das brauchen wir ganz dringend. Hat, glaube ich, von den meisten Tode kassiert. Was hier... Das haben Dummy, Leon und ich gleichzeitig geschlagen. Das war, es hat... Die Bots waren ja... Oder die Truinen. Oh, ich vertrug mich da mal. Die Truinen waren ja dann 0, nichts. Weg. Okay, komm. Weg, 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 weg. Ja, aber wir... So, komm her. Komm her. Ah, nee, da... Da sehen wir keinen Stich. Okay, wir sind wieder hinten. Wir hatten wieder mächtig Glück. Ich würde gerne mal meinen Dummy explodieren lassen, das wird auch nicht funktionieren. Da brauchen wir noch drei Solar. Ich kann jetzt hier nicht rumstehen. Unnötig. Komm her. Ich bin... Oh Gott. Wie konnte das denn passieren? Oh, Mann. Nein. Oh, ich wollte doch gar nicht weg. Mann, dieser Motherfucking-Fuchs, ey. Ah, vier Tode, das ist auch zu viel. Mittlerweile tun wir unserem Team natürlich einen Bären-Dienst damit. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns wieder ein bisschen Luft verschafft. Kommt wieder weg vom Turm, aber... Mit meinem Tod habe ich jetzt unser Schicksal besiegelt. Es tut mir ja furchtbar leid. Es tut mir furchtbar leid. Ja, okay. Atom ist so gut wie down. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ja, sehr gut. Meins. Ach, schade. Ja, wir hatten uns eigentlich wieder ein bisschen Luft verschafft. Wir haben den Turm, Gott sei Dank, zerstört. Oh, komm her, komm her. Ja, komm. Oh, schade. Hätten wir das Fieschen wieder beinahe gekillt. Ach, nein. Okay. Lass uns kurz mal heilen. Ach, Mann. Dann sieht man jetzt auch, dass... Wir waren nicht so viel schlechter, aber wir haben einfach... Wir haben ja schon früher verloren. So, komm her. Ja, wenigstens noch ein Kill. Der Turm ist fast down. Oh, nein. Die hätte ich jetzt echt gerne erwischt. Ach, das war einer von euch. Okay, ich habe reflexartig gleich und nicht geflogen. Ach. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, nee, wenn wir jetzt keiner hier... Ich gucke jetzt mal hier ein bisschen, damit hier nicht zu viel Andrang ist. Obwohl, ich muss ja jetzt auch wieder ein bisschen nach vorne arbeiten. Ja, ist egal. Die Runde ist vermutlich... Äh... Die Runde ist vermutlich eh gelaufen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Auch wenn jetzt nochmal ein bisschen Hoffnung aufkeimt. Das ist dafür schon ein bisschen zu spät. Okay, dann kommt das ganze blaue Team und... Boah, ich tippe uns einfach hart auf die Eier. Oh, oh Gott. Okay, hier haben wir Unterstützung. Ne, kaufen können wir dann nichts, beziehungsweise nichts, was sich gerade noch lohnen würde. Oh, komm her. Oh, ich will diesen Fuchs kriegen. Ich will diesen Fuchs irgendwann mal kriegen. Oh, jetzt sind wir zu zweit wieder hier. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Was ist denn das? Ja, war ich auf die Motherfucking-Pause-Paste gekommen, man. Ich spiele gleich mit Pasta-Tour. Oh, jetzt passiert das nicht mehr. Okay, Wipeout. Wir sind alle tot. Okay, das war's. Ja, warte, warte, warte. Ja, ist okay. Das Fuchs. Defeat. Oh nein. Ach. War trotzdem eine tolle Runde. Hat Spaß gemacht auf alle Fälle. Auch wenn wir verloren haben. Ja, die, die reingekommen ist, die hat noch ein bisschen was gerissen. Aber man sieht klar und deutlich, der Schwachpunkt des gegnerischen Teams war einfach der mit den Hammer. Und den hätten wir noch öfter angreifen müssen. Der hat 0 zu 6. Also das ist... Klar, wir haben auch noch zwei Kills, fünf Tode. Das ist... Fünf Tode sind einfach viel zu viel. Jetzt der letzte war auch noch, weil ich auf den Knopf gekommen bin, auf den falschen. Ähm... Wenn's nicht läuft, dann läuft's nicht. Aber, ähm... Ja, dieser blöde Fuchs, ey. Rubicon hat natürlich sehr, sehr awesome gespielt. Und auch Ryan, aber... Naja, da machst du nichts. Okay, na gut. Die Rundung ging auch nicht so, so kurz wie die letzte. Na gut, die letzte. Wie dolle kurz. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Außer noch vielleicht 50.000 Mal. Ähm, 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 ähm. Well. Und an der Stelle ist mir die Audioaufnahme abgeschmiert. Also nicht wundern, wenn die Stimme ein bisschen anders ist. Ich wollte mich noch gelöhnen, verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschö.